Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Funkmäuse. Das High-End-Produkt in unserem Funkmaus-Test geht an die Infig-Funkmaus. Unsere wiederaufladbare Bluetooth-Maus verfügt über einen integrierten 800 mAh Akku mit hoher Kapazität, der über ein USB-Kabel aufgeladen wird und eine langfristige und reichliche Akkulaufzeit bietet. Die Laptop-Maus wechselt nach 5 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus, um Strom zu sparen, und kann durch leichtes Bewegen wieder aktiviert werden. Unterstützt eine stabile Verbindung und präzise Spur mit einem Arbeitsabstand von bis zu 10 m. 3dpi-Schalter ändern die Geschwindigkeit der Maus frei. Real 5 Millionen Mal Tastendrucktest und gute Leistung. Es ist ideal für die Arbeit oder Unterhaltung zu Hause und im Büro. Fortschrittliche Sensoren bieten rauscharme Klicks, egal ob sie in der Bibliothek studieren oder spät in der Nacht arbeiten. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Logitech M185. Mit ihrer komfortablen und geschwungenen Form liegt die kabellose Logitech Maus gut in der rechten sowohl als auch in der linken Hand und bietet mehr Komfort als ein Touchpad. Die kabellose USB-Maus verfügt dank des intelligenten Energiesparmodus über eine Batterielaufzeit von bis zu einem Jahr und wird mit einer AA-Batterie geliefert. Die Logitech Maus funktioniert mit jedem Windows-PC, Mac oder Laptop egal, welcher Computer heute oder morgen verwendet wird, die Maus wird kompatibel sein. Einfach den winzigen Nano-USB-Empfänger einstecken und in Sekundenschnelle mit einer starken, zuverlässigen Verbindung zur drahtlosen Computermaus mit bis zu 10 Meter Entfernung arbeiten. Mehr erledigen mit der M185 laut einer aktuellen Studie waren Laptop-Nutzer, welche diese Maus anstatt einem Touchpad nutzten, 50% produktiver und arbeiteten 30% schneller. Dank der kompakten Größe und der reibungslosen Steuerung eignet sich die Maus für kleine bis mittelgroße Hände. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Funkmaus-Test ist die Rii Funkmaus. Rii 2,4 GHz Wireless-Technologie stabiler Konnektivität, präzises Scannen, schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeit. Der maximale Betriebsabstand beträgt 10 Meter, wodurch Dateiverzögerungen, Verluste und Interferenzen vermieden werden. 1000 dpi Die hochpräzise optische Engine versprach eine Empfindlichkeit für die präzise Verfolgung auf einer Vielzahl von Oberflächen. Produktabmessungen 11x6,6x4,6 cm Artikelgewicht 81,6 g Klein und flach, einfach zu tragen Der USB-Empfänger befindet sich im Akkufach auf der Rückseite der Maus und kann bequem in der drahtlosen Maus aufbewahrt werden, wenn Sie ihn nicht verwenden. Die Computermaus ist gut kompatibel mit Windows 7, 8, 10 XP, Vista 7, 8, Mac OS X, 10, 4 und Linux. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.